Hey, die ist halt schon wieder ein bisschen laut hier, Freunde. Das küht halt manchmal vor hier an den Baustellen. Die ganze Bauarbeit ist alles super laut hier, die ganzen Assis. Das ist super frei. Wobei, hab ich schon nach... Ich hab noch nicht nachgeladen. Erst mal kurz nachgeladen. Safety fuck. Warum hab ich nur so wenig? War ich nicht grad mehr? La la la, la la la, la la la, la la la, la la la. Oh ja. Okay. Woa. Gehst du weg? Haust du ab? Oh. Ich weiß nicht, ob es so clever ist, hier überhaupt zu rennen. Ja, aber ich mach's trotzdem. Einfach aus Prinzip. Nochmal speichern? Wo bin ich überhaupt? Ich bin hier richtig. Okay, wir speichern so heftig nochmal. Oh Gott, das wird so wieder kacke, ne? Da hab ich so heftig wieder wegflügeln. Oder auch nicht. Okay, sweet. Oh. Oh. Bye-bye. 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 Excuse me? Aha. Kein Strom? Kein Strom? What the fuck? Ich weiß, wie wir das machen, ne? Okay. Okay. Was? Oder von da kam ich, glaub ich, oder? Ich glaub, es geht immer da. Oder? Oh, ne, ich muss da hinten hin? Oh oh. Oh oh. Okay, ich hab gespeichert als cool. Holy shit. Oh, geh mich doch am Sack, ey. Huh. Alien, kommst du DVD? Nee, das ist mir schon bewusst. Dankeschön. Dankeschön. Wobei, ich... Also zumindest mal die Sachen, die ich gesehen hab, scheinen da nicht ganz so stark zu sein. Aber gut. Geh mir echt auf den Sackdruck. Oh. Ich muss hier irgendwo erstmal wieder Strom herstellen. Und ich muss nichts hier anfangen. Na, wer kommt denn da? Na, wer geht denn da? There's more! There's always more. Wo muss ich denn... Muss ich denn echt wieder zurück? Muss ich hier irgendwas machen? Wow, 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 wow. Okay, mir geht langsam, äh... Munition, alle. Ich glaub, ich lauf grad rückwärts, ne? Das ist ein bisschen doof. Ich kann hier... Doch, ich kann hier lang... Ich bin nicht vorbereitet für das Sackdruck. Muss ich hier was machen? Ne, ich glaub, hier war ich doch vorhin schon. Hier war doch auch nicht geil. Oh. Ah. Nö. Hier ist falsch. Das wird so langsam nicht mehr gesund. Wird spannend. Fiese Gegend. Ja, ist echt ne fiese Gegend. Wobei, Mary, tatsächlich, äh, viele, viele Sachen, die den Körper anstrengen, ja, wie zum Beispiel so Schocksachen durch kaltes Wasser beim Duschen oder Eisbaden oder längere Hungerperioden sind eigentlich gut für den Körper, ja? Oh, Alter, Leon! Holy Leon! Also, wenn ihr irgendwas von einem langen Rüssel wissen wollt, ja, dann geht's zu Leon, der weiß Bescheid. Vielen, vielen herzlichen Dank. Holy Shit! Dankeschön. Oh. Heute, äh, sollte auch deutlich wärmer sein. Eigentlich hätte heute 36 Grad werden sollen. Oh, ich bin so froh, dass es nicht so ist, ne? 36 Grad und es wird noch heißer. Pfff. 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 Freunde, Freunde, Freunde. Ja, aber nicht ein paar Mal hintereinander. Ach, du bist noch jung. Ganz im Ernst, du bist noch jung. Das klappt. Das härtet dich ab. Das härtet dich ab. Ja, im Alter denkst du dir auch noch so, okay, easy peasy. Easy peasy. Das Wetter spinnt, ja. Einmal neu starten, bitte. Einmal bitte Wetter neu starten. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. So. Ich glaube, ich muss das in dem einen Raum machen, wo ich schon drin bin. Wenn ich jetzt nicht direkt schon weggefügelt werde. Oh, warte mal. Hier ist noch was, oder? Ne. Shit. Okay, der rennt schon weg. Das ist gut. Ich kann halt... Leite den Strom zum zentralen Kern um. Ja, ja. Das ist okay. Beta-Leitung aktiv... Ich muss hier noch irgendwas machen. Warte mal. Schließ mich. Ich muss hier deaktivieren. Ich muss irgendwas deaktivieren. Und ich hab literally keine Ahnung was. Ich muss auch wieder hinten hin. Aber... muss ich jetzt echt wieder zurück oder sowas? Oh, muss ich da wieder hin? Zentrale Iraktoratung. Muss ich da unten hin? Das wäre extrem fies jetzt. Müssen wir auch kurz sagen. Luki-Luki. Okay, man nützt nichts. Keine Ahnung. Oh, ich bin hier... Ähm... Ja, ich bin hier nicht komplett richtig, muss ich sagen. Not entirely. Oh. Excuse me. Besetzt. Besetzt. Kommt der eigentlich weniger, wenn ich sneake? Weil der war ja auch sonst weniger unterwegs. Aber hier ist halt über Wasser, ne? Hier ist halt über Wasser. Ich glaub... Wenn ich den beballere... Mit so einer Schrotflinte oder so. Bringt das was? Wobei, vielleicht bringt das tatsächlich irgendwie was. Maybe. Maybe it helps. Äh, okay, der kam da drunter, ne? Geil. Ich glaub, er sieht mich auch. Ich seh ihn, also würd er mich auch sehen, oder? Ja, er sieht mich. Voll in Ordnung. Burn! Okay, burn, baby, burn. Wo war denn jetzt hier der Schacht? Wo war denn jetzt hier der Schacht? Hä? Moment, da muss ich... Muss ich hier nochmal lang? Hier ist irgendwo der Schacht, glaub ich. Gab's hier jemanden filmen, der der Schacht hieß? Bin ich hier richtig? Ich bin hier falsch. Oh mein Gott, wo muss ich lang? Oh mein Gott. Alter, lauf ich hier komplett? Bin ich hier komplett? Oh Gott! Doch, hier müsste es richtig sein. Hä? Dann war ich hier doch schon richtig. Ach, ne, hier. Ah! Safe fliegen, okay. Ich glaub, auf was war da falsch denn? So, warte mal, wo müssen wir jetzt hin? Also, wir müssen jetzt eventuell unten hin. Also, wenn meine Theorie richtig ist. Wenn du falsch ist, ist es natürlich kacke. Einfach mal durchlaufen, ja? Ach, hier ist zu. Ja, warte, ist das? Was ist das? Was ist das für ein Teil? Ist das nicht das Dingenschlussgerät? Ich glaub, hier muss ich nicht lang. Strom wiederherstellt. Ich glaub, hier ist immer falsch. Ja, gut zu wissen. Sneak mal, ist mal wieder ein bisschen. Weil, wir haben grad echt wenig Munition. Das heißt, ich muss vielleicht... Ich versuch mal ne Pumpgun. Ein bisschen Pumpgun-Action, ja. Kann man ja mal machen. Mal gucken, wie gut das Viech darauf zu sprechen ist. Kann ich halt nichts machen. Das heißt, ich glaub, ich bin ja gänzlich falsch. Oder hier vielleicht? Nö. Ja, nice. Aber da wissen wir schon mal, dass wir hier nicht zurück müssen, falls wir gleich sterben sollten. Oh. Ach, das hilft auch. Bedingt. Sehr bedingt. Oh mein Gott, das hält ihn nur kurz auf. Yes. Hab ich. Ist cool, oder? Ist cool. Bin auch wieder da, musst du Kühlpack wechseln. Oh. Kühlpack ist bestimmt nicht verkehrt. Kühlpack. Ich hab mir übrigens... Das hab ich letztens bei... Wo hab ich das gekauft? Ich weiß gar nicht, wo ich das gekauft hab. Das ist so ne Art Kühlakku. Aber so ne Art Maske. Man wird ja älter. Dementsprechend muss ich jetzt irgendwie alles so augentechnisch, damit dann nicht zu viele Falten und zu viele Augenränder und sowas kommen, kühl ich das jetzt immer. Wobei es bringt gar nicht mehr so viel, glaub ich. Ich wollte einfach gucken, ob es funktioniert. Jetzt haben wir Hagel und Mama Schäferhund auf dem Schoß. Die haben Angst, ne? Ja. Ich weiß nicht, wo ich was machen muss, ne? Muss ich denn jetzt hier was machen? Oh Gott. Alter. Warum? Hä? War ich schon hier lang? Bin ich... Ich bin hier... Hä? Ich glaub hier muss ich was machen. Oder auch nicht. Ich glaube eher nein. Terminal hinter mir? Da ist ein Terminal hinter mir? Guck nochmal. Ey, seh ich das einfach nur nicht? Bin ich... Ich verzeuchte erst nochmal. Alter, was macht der mit mir? Meint ihr hier ein Terminal? Grüße! Die sind hier bloß Leute. Meint ihr hier ein Terminal? Oder meint ihr das nicht so hier? Weil... Warum kann ich denn hier bitte schnell lang? Hast du die Füße mir geguckt? Tatsächlich hab ich nur Alien vs. Predator gesehen. Und nichts anderes. Kann ich eigentlich hier auch... Ich kann... Hä? Versteh ich einfach hier drunter. Ich hab Angst. Ich will hier nicht. Wie fandest du den? Boah, das ist schon super lange her. Da war ich klein. Also jünger. Klein war ich noch nie. Ich war immer schon groß. Shit. Wo muss ich denn hier was machen? Mal kurz Karte auf. Also hier... Hier waren wir ja schon. Da unten waren wir auch schon. Da war ja irgendwie nichts. Wir sind sogar komplett zurückgegangen. Wobei, muss ich hier vielleicht hin? Muss ich da vielleicht? Ne, das glaub ich auch nicht richtig, oder? Da waren wir auch schon, aber auch nichts. Das heißt, das einzige... Ich weiß nicht, was das sein sollte. Könnte halt alles mögliche sein. Gerät, Werkzeug, Waffe. Könnte was Nützliches sein, aber auch nicht. Sieht man, ich brauche eh mehr Strom. War letztens schon in deinem South Park Livestream und war gut. Beziehungsweise ist jetzt auch gut. Bitte, sieh mich nicht. Okay, das wäre ganz lieb. Dankeschön. War Bombe, sehr schön. Das freut mich. So muss das sein. So, wo nicht anders. Das hat überall kein Strom. Ich habe irgendwie Angst, dass ich da nochmal zurück muss. An das Terminal. Dass ich da nochmal was machen muss. Oh Gott. What the fuck? Alter, der ist einfach nur da, um mir Angst einzuhören. Ich habe das Gefühl. Wobei, ich glaube, ich muss da kurz einmal wieder laden. Ich lade nochmal ganz kurz. Ich glaube, wir müssen tatsächlich wieder anfangen. Weil es fast ja nicht fast sein soll. So, jetzt kommt es hier lang. Überlade den Beta Kern. Das war doof. Das war einfach doof. Was ist dein Lieblingsspiel? Lieblingsvideospiel? Das kann ich dir so gar nicht beantworten. Weil ich habe Lieblingsspiele in verschiedenen Genres. Deswegen, man kann ja die Genre nicht unbedingt miteinander vergleichen. Jetzt gibt es ja Horror. Dann gibt es ja so Narrative Storytelling mäßig. Sowas wie Until Dawn. Oder die Tribal Commune. Sowas. Und Horrorgames wären sowas wie Resident Evil. Action oder Horror? Die meisten Horrorsachen sind auch Action. Also von daher kann man das schon fast ein bisschen zusammenfassen. Wobei ich echt sagen muss, ein gut gemachtes Horror-Game ist schon nicht verkehrt. Vor allem für den Stream ist es natürlich dann sehr, sehr interessant immer. Welchen Stream er rücken muss? Immer Dienstags, Donnerstags und Sonntags. Ansonsten kriegt er Content ohne Ende auf YouTube, TikTok und Co. Ein Schacht? Oh, ernsthaft? Habe ich den echt übersehen? Dann guckt man nochmal nach. Dankeschön schonmal. Dankeschön schonmal. Also hier. Oh wow. Oh wow. Ey, ganz im Ernst. Also. Also. Ganz im Ernst. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Probleme habe, irgendwelche kleinen Löcher zu finden. Hätte ich niemals gedacht. Aber gut. Auf was für einer Schule warst du? Zuerst Realschule und dann habe ich mein Abi gemacht. That's it. Ja, hier riecht das richtig, Freunde. Hier riecht das richtig. So, come on. Push the button. Oh, muss ich das? Oh, das muss ich? Oh, dreimal? Ja, ist überhaupt hierher? Wo sind wir hier safe? Ich habe irgendwie... Nicht so das Gefühl, dass wir ultra safe sind. Aber ich glaube, wir sind hier safe. Ist ja ganz okay. Ich bin auf einem Gymnasium. Wird durchaus okay, weil es halt die höchste Schulform ist, wie man so machen kann. Ja, danach geht ja nur noch Uni bis zur Hochschule. Yes. Ja, wobei, man muss dazu sagen, ja, Abi ist nicht gleich Abi, vor allem in der heutigen Zeit. Ja, Zentral-Abi, ich weiß nicht. Es fühlt sich irgendwie leichter an. Weil gefühlt auch wie jeder mittlerweile da durchkommt. Es gab mal Zeiten, wo das schwieriger war. Das ist zumindest mal gefühlt. Hast du einen Insta-Account? Yes. Ich habe einen Insta-Account. Einfach auf meinem Profil. Da gibt es einen Link-Tree, da findet ihr auch meinen Insta-Account. Da heißt ich aber übrigens genauso wie bei TikTok. Das, by the way. Sneaky-Peaky. Verstecken wir uns, glaube ich, lieber nochmal. Ich glaube, ich glaube, es kommt nochmal an. Bäm, 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 bäm. Click, click, click. Okay. Wir warten kurz. Wir warten kurz. Alles cool, Freunde. 30 Kilogramm Hund ist, äh, auf dem Schoß ist geil. Okay, sei froh, dass es nur 30 Kilogramm sind. Ich glaube, Schäferhunde können übrigens noch schwerer werden. Was war deine Hass-Kinderserie von früher? Ich habe tatsächlich gar keine Hass-Kinderserie, weil Sachen, die ich nicht gucken wollte, habe ich nicht geguckt. Deswegen kann ich dafür keinen Hass empfinden. Und Hass ist natürlich an sich auch schon ein sehr, sehr starker Begriff. Ich weiß nicht. Push the button! Scheiße! Ich muss hier raus! Achso! Ja, jetzt dürfen wir doch wieder zurück. Ich würde aber gerne nochmal speichern. Du warst zum Speichern. Müssen wir uns jetzt gerade irgendwie beeilen? Oder ist das irgendwie sonst doof? Da hast du montags nicht streamst, man kann es halt leider nicht allen recht machen. Das tut mir leid. Aber im Notfall, auf Twitch könnt ihr euch immer die Wiederholung angucken. Dann könnt ihr einen kompletten Stream sehen. Denn wenn, ähm, die Sachen von den Games als Let's Play dann bei YouTube landen, kriegst ihr natürlich nicht mit, was beim Just Chatting eventuell gesagt wird. Manche Sachen werden auch rausgeschnitten und so und so fort. Dementsprechend, äh, falls ihr ja wirklich den Stream in Gänze genießen wollt, äh, dann kann ich euch nur Twitch empfehlen in den gespeicherten Streams. Geht ja leider bei TikTok nicht. Du hast keinen Zeitdruck? Sehr gut. Dann mach mal schön Chili, Vanille, Easy Peasy, Lemon Squeezy. Ah. Wäre schön, wenn er etwas zocken könnte für ein Ich-Will-Alles-Über-Dich-Wissen-Runde. Ja, gut. Eben nur verschneide ich auch das raus. Nee, ist ja mal. Jetzt war da ein bisschen mehr Arbeiter warm. Ist halt dann so. Hey, das ist ein bisschen laut, oder? Einfach nochmal speichern. Okay, jetzt können wir aber wieder rennen, Freunde. Let's run! Was genau ist jetzt passiert? Ist so ein kleines Viech da auf mich gesprungen? Ich glaube schon. Ich glaube, da ist so ein kleines Viech auf mich gesprungen. Hat wirklich sein? Oh, tatsächlich. Oh Gott. Ich höre dich nicht. Ich höre mich gerade selbst nicht. Ich höre mich gerade selbst nicht. Eddie ist schwierig. Wir versuchen jetzt einfach schnell ja durch irgendwie. Ich muss nur einfach mal schauen, dass ich mal das kleine Viech da auf mich platt mache vorher. Oh Gott. Von wo? Holy shit. Von wo? Ah, das hat so heftig Half-Life-Vibes, oder? Von wo? Oh Gott. Ich komme jetzt echt ins Schwitzen, ja? Da. Pissvieh. Äh, ich will... Ich will gerne wieder aufstehen. Ja, aufstehen ist relativ, Freunde. Okay. Hier sind wir einfach wieder safe. Wow, 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 wow. Wow! Ja. Ja. Ich hab zuerst gedacht, das große Alien zieht mich jetzt hier wieder raus. Und was passiert? So ein kleines Pizzle-Alien kommt mir wieder ins Gesicht gesprungen. Kann noch einfach nicht sein, Freunde. Also. Klappt schon noch? Ja. Baby. Jetzt wird von Kindern getötet. Das ist total mein Ding. Ich mach jetzt einfach Sneaky. Und ich mach nicht Sneaky! Wuuuuh! Wuuuuh! Achso. Ah. Die Mama wollte auch noch was essen, ja? Denn jeder weiß, Grizzly ist für alle da. Alter, das kann doch nicht sein! Noch nie war ein Schlippi so schnell nass. Ja, ist schlimm, oder? Oh Gott. Vor allem, mich verkrampft schon wieder alles im Magen, ne? Ey. Oh. Als ob jemand meinen Magen nimmt, erstmal so macht. Oh, da ist noch ein bisschen Restflüssigkeit. Da müssen wir nochmal ein bisschen bringen, ja? Oh. Genieß es einfach. Ich genieße es einfach, ja. Ja, also demnächst gibt es nur noch Streams auf Klo. Weil so viel Druck, wie sie aufbaut, da muss man einfach loslassen können, ja? Ab und zu einfach, ja. Mach es wie Elsa and let it go. Boah. Alter. Alter, Alter, Alter. Wobei, kann ich den auch mit dem Dingens töten? Mit der Pumpgun? Wenn ich treffen würde, ja. Sieht ein bisschen aus wie eine Vagina, ne? Wenn der mir ins Gesicht springt. Also sollte eigentlich gefallen. Sollte eigentlich gefallen. Hast du eigentlich Beruf, den du gelernt hast? Dach, Wand und Abdichtungstechniker. Shit. Okay, wir nehmen einfach Flammenwerfer, fuck it, ja? Flammenwerfen muss klappen. Ey, es kann doch nicht sein, für die paar Meter, ja? Es ist, also... Ja, excuse me. Excuse you. Ah-ha! Habe ich noch nie gehört? Es ist Dachdecker. Es ist quasi der fancy Begriff für Dachdecker. Oh. Womit geht jetzt noch alles lang. Ich bin ja falsch! Ich bin hier falsch. Ich bin hier, ich bin hier... Alter, ich bin hier falsch. Hättest du mir hier auch kurz jemand sagen können? So. Ey, Mensch, Dude. Läuft da einfach komplett falsch. Läidad. Lä-la-la-la-la-la-la-la. Lä-la-la-la-la-la-la. Lä-la-la. Die kleinen Sneaky Viecher Du bist etwas falsch Das ist was sie gesagt Aber kommt auch vor Lieber im Nachhinein entschuldigen Als im Vorhinein um Erlaubnis zu fragen Diese Vaginas ist schlimm oder? Ey es ist einfach schlimm Holy shit Aber jetzt sind wir richtig Ich bin echt ein bisschen am schwitzen Und ich glaube nicht dass es zum großen Teil Durch die Wärme kommt Ich muss da unten hin Ey da hab ich echt gedacht Bin ich das Alien los Wobei das eine bin ich ja auch tatsächlich Kann man nochmal speichern Uh oh Ey cut Ey cut Ey da Okay Okay Winder We're good to go Muss da lang Dum dum Doo doo Dum dum Doo 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 Alter was die hier soll Das weiß immer noch keiner Das ist einfach so eine heftig Krasse Waffe Oh Immerhin springen sie dich an Ja ne Also man muss auch die Vorteile daran sehen Du bist etwas falsch Yes Yes Dankeschön Ich kann das Nest zerstören Ripley sie haben sich heute schon in genug Gefahr begeben Ja hör auf ihn Ich kann alle Kerne einschalten Überlasten Und dann eine Reaktorsäuberung einleiten Alles hier unten wird dadurch zerstört werden Ich versuche nicht sie davon abzuhalten Rip Ich fände es nur gut wenn sie nicht drauf gehen würden Fände ich auch gut So sieht der Plan aus Es gibt zwei Notverschränkungen Die überschüssige Energie in die lokalen Kondensatorenblocks Jetzt regnet es hier Wenn ich sie abkomme Das System entlade Wird das Nest dadurch zerstört Ich hab keine Ahnung was sie gerade gesagt haben Halten sie sich einfach gut fest Ich hab auch keine Ahnung was die gesagt haben Aber es klang super interessant Die Frage ist Mach ich jetzt lieber Bolzen Oder mach ich lieber Flammenwerfer Oder warte ich einfach nur Wo muss ich denn jetzt hin Oh das war Sorry Ich muss da Okay Schön nice and slow So Freunde Ist der Bescheid Ist der Bescheid Ist der Bescheid Oh Hä Okay Schön viel Munition ist immer gut So mein Freund Oh da kommen direkt zwei an Bring ich direkt deine Freunde mit Bye bye motherfucker Alright Okay pass nach nach Moment Moment Spiel stopp Okay Okay That's nice That's nice guys Oh wow Sag mal Waren wir hier nicht schon? Warum sind noch so viele von denen da? Okay Also wir sterben auch nicht immer Tschüss Holy shit Äh Moment Moment Geht mir kurz 15 Minuten Und unten in den Ursaft Und dann kann es weiter gehen Hat das Teil zwar alleine geschossen? Okay Das klingt zwar übelst laut hier gerade Und übelst spannend Ja aber ich glaube Wir sind erstmal wieder safe I think For now Okay So wo lang müssen wir? Ich weiß nicht wo wir lang müssen Na supi Ich muss hier irgendwas machen Oh muss ich jetzt alle überladen? Ich glaube schon ne Alpha Kern überladen Let's do it Downs good Coverbonga Oder so ähnlich Oh Gott Und jetzt Darüber Was muss ich jetzt überladen? Ah Ich muss Alpha und Beta kehren Ja Hätte jetzt gedacht Da Kernbegrenzung Och nö Kommt Kommt dir gerade was an? Hier wackelt doch gerade Irgendwas Okay Wir sind noch safe Hoffe ich Komm schon Okay Okay Wir sind noch safe Für now Jetzt bin ich schon wieder falsch Ich muss da hinten weiter Okay Und gleich geht dir alles in die Luft Gleich geht dir alles in die Luft Fuck Excuse me Hallo Okay Okay we did it So jetzt sind wir da nochmal dran Ne warte mal Wo dran Hä Vorne Ich auch nochmal Ne hier geht nichts mehr Und ich glaube da hinten Wo es zu schön blitzt noch Ne Da wo es blitzt Sind wir glaube ich Na Ja Hier müssen wir nochmal ran Okay Dann aber zügig Ich hoffe das war's Ich hoffe das war's dann auch jetzt Muss ich jetzt schnell weg Ich glaube ich muss jetzt schnell weg Es fühlt sich zumindest ganz danach an Ich glaube falsch Ich muss jetzt noch was machen Why does it always rain on me Oh 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 Sehr schön Sehr schön Komm schon Komm schon Komm schon Oben unten Oben unten Aha Okay Schnitt Schnitt Und danke für die ganze Geschenke Dankeschön Vielen Dank Oh Gott ich glaube falsch Muss hier lang Hier Oh oh Nein Oh oh Ja okay Hallo Mora Oh Was muss ich jetzt machen Chicken Attack Moment Kurz hier gucken Ich muss da hinten Okay vielleicht kann ich die einfach Outmoven Freunde Einfach schnell machen Einfach schnell machen Das ist genau mein Ding Oh boy Ja schnell Do it Säuberung vom Okay eingeleitet Muss ich jetzt weg Muss ich einfach weg Muss ich einfach weg Ich glaube ich muss einfach weg Oder Säuberung Was muss ich jetzt machen Oh ich muss genau auf die andere Seite Sounds good Das ist laut Hallo Ich glaube wir weiter Oh Gott Oh hier geht langsam alles kaputt Na Ja ich glaube hier richtig Das ist gut Das ist sehr gut Emergency Action Let's go Hallo 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 Ah wow Hier lang Schnell 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 Bin ich jetzt hier safe Oder Ist mein Arsch immer noch in Gefahr Ich glaube wir sind erstmal safe Ist das nicht immer so Häufig Und Roxanne auch dir Wunderschönen guten guten Abend Schön dass du auch da bist Und Gabriel natürlich eben so Völlig normal Ja So sehe ich jetzt die Ellie jetzt mal tot Und die Androiden vielleicht gleich mit Wobei Kann man da wirklich von tot sprechen Ich guess not Schon aber Ja ist es Aber Macht halt auch nichts Da macht halt einfach auch nichts So Reinigungssequenz einleiten Was muss ich jetzt machen Auf Hammer Hä Perch Perch Ja Okay Freunde Let's Fetz Woo Ah